hallo und herzlich willkommen zum neuen fortnite video heute geht es mal in diesem video darum wann die oder wann dieses naruto kakashi paket wieder in den fortnite item shop reinkommt denn ein paar zuschauer von euch haben mich gefragt ob ich dazu ein video machen kann und ob ich vielleicht eine prediction raushauen könnte oder ob es auch leaks dazu gibt zum anderen ich verlassen und dann eine 5 euro pay save card ihr mitmachen könnte es ganz ganz einfach ihr müsst einfach nur unter den unter diesem video ein epic games namen in den kommentaren schreiben ganz wichtig ihr müsst abonnent sein denn ich kann nachchecken ob ihr mich abonniert habt oder nicht das gewinnspiel wird dann am 7 märz 2022 aufgelöst aber jetzt kommen wir mal zu den skins denn nämlich der naruto skin und der kakashi paket die waren zuletzt vor 51 tagen im fortnite item shop also am 30 november 2021 also eigentlich war das ja ist es ja bisher noch nicht lang her sie waren erst kurz und kann man sagen im fortnite item shop es lang sich natürlich viele gäbe möglichkeit dass sie wieder reinkommen oder beziehungsweise ob sie demnächst wieder den fortnite shop kommen könnten und das meine antwort ja und es ist natürlich jetzt schwer eine prediction raus zu hauen aber ich nehme mal an dass dieser skin im februar mitte februar kommen könnte denn es sind sehr sehr beliebter skin und viele aus der fortnite community wollen dass sie wieder in den fortnite item shop reinkommt deswegen ist meine prediction 17 februar irgendwie sowas moment der sind 17 februar 2022 dass dieses ging wieder in den fortnite item shop kommen könnte genau also wenn euch dieses video gefallen hat dann hast du gerne ab und like der will mich sehr sehr supporten und da würde ich sagen habt noch einen schönen tag aus 1 se rein 3 4 4 5 5 6